Ela K. liest für euch Harry Potter Fan Fictions. Viel Spaß! Untermuggeln Teil 3 Bellicary National Park Suchtklinik Außenbereich Genüsslich nahm Draco den letzten Bissen und trank dazu das klare Wasser, welches von einer Bergquelle stammte. Da der Umhang von Harry gut wärmte, konnte er sogar den kühlen Wind genießen, der hin und wieder über den See strich. Wie viele Personen hast du eigentlich befragt? wollte er schließlich wissen. Einige, meinte Harry. Hab sie nicht gezählt. Allein die Jogginggruppe besteht aus neun Personen. Er nahm einen Schluck aus seiner Flasche. Übrigens gibt es hier sogar eine Kühlkammer für Tote. Hätte ich mir denken können. Er ist ja eine Entzugsklinik. Auch wenn es ihr erster Toter ist, sie müssen damit rechnen. Vor allem, weil die Klinik so abgeschehen ist. Draco ärgerte sich über sich selbst. Das hätte er sich eigentlich auch denken können. Vielleicht tragen wir mal alle Verdächtigen zusammen? fragte Harry und packte die Reste ihres Essens ein. Danach griff er in seine Hosentasche, zog einige Blätter hervor und platzierte sie auf der Fläche zwischen ihnen. Mrs. Robinson, die Leiterin. Sie hat uns die Personalliste gegeben. Die ganze Patientenliste wollte sie nicht herausrücken. Datenschutz und so. Aber ich durfte mit den beiden Wachmännern sprechen, die heute Morgen Dienst hatten. Sie haben uns eine Liste von dem Personal gegeben, das heute Morgen im Haus war und sich im Umkreis des Tatorts befand. Und auf einer anderen stehen die Patienten, die sich in der Nähe aufgehalten haben. Ach, murmelte Draco. Woher wissen die Wachmänner das denn? Sein Partner schmunzelte. Überwachungskameras. Die gibt es an den Eingängen und an einigen Kontrollpunkten im Haus. Patienten und Personal wissen darüber Bescheid. Das wundert mich jetzt, hob Draco eine Augenbraue. Seit wann lässt du dich so problemlos von einer Kamera aufnehmen? Ich dachte, du versuchst das zu vermeiden. Ein Achselzucken. Ich kenne die Positionen der Kameras, also sorge ich dafür, dass ich nie gut aufgenommen werde. Gesicht wegdrehen, Kamerastörung, Lichtblitz und so weiter. Oder ich meide den Kontrollpunkt einfach. Eigentlich fand ich es paranoid. Aber jetzt, da meine Identität tatsächlich auffliegen wird, wer weiß, am Ende hilft es ja. Ja, vielleicht, stimmte Draco ihm zu. Na gut, sehen wir mal, wie viele Personen sich schlussendlich noch im Kreis der Verdächtigen befinden. Sind gar nicht mehr so viele und von denen können wir manche eventuell sogar ausschließen, meinte Harry bedächtig. Vom Personal sind es Dr. Barnaby, Dr. Taylor und die Pfleger Eric, Andrea und Betsy. Von den Patienten wären da Wendell, Marina, Sebastian und Patricia. Hm, er kaute auf seiner Unterlippe. Andrea und Patricia haben ein Alibi. Sie waren eine halbe Stunde zusammen. Anscheinend hatte Patricia einen Zusammenbruch. Was genau los war, hat sie nicht erzählt. Verstehe, nickte Draco. Und eventuell können wir Eric ausschließen. Er meinte, dass er sich um Sebastian gekümmert hat. Dürfte wohl ebenfalls eine Weile gedauert haben. Harrys Gesicht erhellte sich. Sehr gut, Sebastian hat dasselbe gesagt. Also haben wohl beide ein Alibi. Bleiben nur noch die zwei Ärzte, Betsy die Pflegerin und die beiden Bestohlenen übrig. Wie hast du es eigentlich geschafft, so viele Zeugen zu befragen? Wollte Draco wissen und griff nach der Picknicktasche. Er hatte Lust auf etwas Süßes. Der andere lachte. Glück schätze ich. Hab doch die Jogginggruppe befragt. Patricia, Sebastian und der Tote gehörten auch dazu. Zwar sind sie heute Morgen alle drei nicht aufgetaucht, aber die anderen zwei saßen bei der Gruppe, als ich sie befragt habe. Normalerweise findet das Joggen um sieben Uhr statt. Patricia und Sebastian waren heute zu früh. Deshalb haben sie sich schon im Vorfeld davon ausgetragen. Unser Opfer allerdings wollte teilnehmen. Der Täter muss ihn also daran gehindert haben. Gedanken verloren kramte er in der Tasche, fand einen Schokoriegel und holte ihn heraus. Normalerweise aß er nur selten Süßigkeiten, doch gerade brauchte er etwas Zucker und außer diesen zwei Schokoriegeln gab es nichts. Warum sind nur so wenige verdächtige Patienten? Um sechs Uhr morgens sollten die meisten doch schlafend in ihren Betten liegen. Harry breitete ein Blatt aus, das bisher unbeachtet geblieben war. Da siehst du es. Auf diesem Plan sind alle Räume und Flure samt Kameras eingezeichnet. Hier, schau! Er deutete auf drei Punkte. In diesem Bereich gibt es nur wenige Patientenzimmer, dafür aber die Büros der beiden Ärzte, ein Pflegerbereitschaftsraum und diverse Therapieräume. Interessiert beugte sich Draco vor. Ach, jetzt verstehe ich. Aber was ich mich frage, warum gibt es denn überhaupt so viele Kameras in der Klinik, ist das normal? Kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen am Tiefpunkt ihres Lebens aufgenommen werden wollen. Da hast du recht, zuckte Harry die Achseln. Die Kameras dienen angeblich nur der Sicherheit der Patienten. So erkennen sie sofort, wenn jemand ein Problem hat. Vermutlich gab es deshalb bisher keine Toten hier. Na, ich weiß nicht, schüttelte Draco den Kopf. Die Lage der Klinik dürfte da wohl eher eine Rolle spielen. Man kann schließlich nicht so einfach Drogen hierher schmuggeln, oder? Ein Aufseufzen. Ach, möglich. Laut den Wachmännern werden die Aufnahmen der Kameras automatisch alle 24 Stunden gelöscht. Er warf ein paar Kiesel ins Wasser. Die Klinik hat einen sehr guten Ruf, deshalb bin ich trotz der Kameras hergekommen. Du glaubst doch nicht etwa, es gibt da einen Zusammenhang? Hm, murmelte Draco. Es war schon auffällig. Aber deshalb musste es noch längst nichts mit dem Mord zu tun haben. War nur eine Frage, sagte er laut. Bisher deutet ja nichts in diese Richtung. Wir sollten uns daher wieder auf unsere Verdächtigen konzentrieren. Sehe ich auch so, pflichtete Harry ihm bei. Fünf sind es also. Draco biss ein Stück von seinem Schokoriegel ab. Wie sicher ist es, dass niemand sonst da gewesen ist? Kann sich jemand an den Kameras vorbeigeschlichen haben? Harry griff nun nach dem übrig gelassenen Riegel, öffnete ihn und biss ab. Er kaute, schluckte. Nein, antwortete er endlich. Das halte ich für ausgeschlossen. Nicht bei diesem Zimmer. Es gibt drei Flure, über die man zum Tatort kommt. Und an jedem Anfang ist eine Kamera, die den kompletten Eingangsbereich abdeckt. Daran vorbeizuschleichen, ist für Muggel unmöglich. Hm, okay. Murmelte Draco und knabberte an seinem Riegel. Na schön, so weit, so gut. Seine Augen schweiften in die Ferne. Wie können wir weitere Personen ausschließen? Er blickte einer Ente nach, die einen Versuch machte, aus dem Wasser aufzufliegen. Was ich mich die ganze Zeit frage, warum begeht jemand einen Mord, wenn ein Polizist im Haus ist? Bei einer Spontantat würde ich es ja verstehen. Nein, aber wir sind uns inzwischen beide einig, dass der Mord geplant war. Also warum? Ehrlich gesagt, entgegnete Harry, habe ich das nicht gerade herum erzählt. Meine Ärzte und Pfleger wussten es. Ich musste schließlich mit jemandem über meine Erlebnisse sprechen. Aber die Patienten hatten keine Ahnung. Du weißt ja, wie sich die Menschen Auroren gegenüber verhalten. Bei Polizisten ist es noch schlimmer. Darauf hatte ich keine Lust. Ah, nickte Draco. Er konnte das gut nachempfinden. Das erklärt einiges. Wem hast du es denn erzählt? Harry streckte die Beine von sich, sodass seine Füße über den Rand des Steines baumelten. Eigentlich nur Mrs. Robinson und Eric. Sie ist meine Therapeutin und er mein Pfleger. Aber sie wollte sich mit ein paar Ärzten über mich beraten und hat ihnen mit Sicherheit von meinem Beruf erzählt. Und ich weiß natürlich nicht, ob Eric es weitererzählt hat. Der Datenschutz gilt schließlich nicht den anderen Pflegern oder Ärzten gegenüber. Verstehe, runzelte Draco die Stirn. Auf diese Weise kamen sie also nicht weiter. Er sah jemand in der Ferne einen Weg entlang joggen. Anscheinend war dies ein beliebter Sport in der Klinik. Die Person winkte. Draco hob eine Augenbraue. Das galt doch nicht etwa ihm. Er würde sich ja nie zu den Menschen gehören, die Fremden zuwinken. Deshalb drehte er sich weg. Die Sonne verschwand hinter einer Wolke und er zog den Umhang enger um sich. Jetzt konnte er die Kälte wieder fühlen. Die Frage ist doch ganz grundsätzlich, warum wurde Mr. Morris ermordet? Wegen seiner nervigen Art? Harry warf ihm einen entschuldigenden Blick zu. Im Affekt wäre es durchaus möglich, aber geplant? Wenn man als Arzt oder Pfleger einen Patienten loswerden wollte, gäbe es doch andere Möglichkeiten. Zumindest Versuche. Doch laut Mrs. Robinson haben sich nur Marina und Randall über ihn beschwert. Also kann es wohl nicht so schlimm gewesen sein. Ein Rufen drang an Dracos Ohr. Der Jogger war in den Weg eingebogen, der zu ihnen führte. Er winkte erneut. Genervt drehte Draco den Kopf weg. Was sollte das? Suchte da jemand so dringend Kontakte? Wen ruft sie da? Fragte Harry plötzlich stirnrunzelnd. Wir sind alleine hier draußen. Mr. Evans! Hörte Draco nun die Worte. Evans? Sein Partner schaltete schneller. Es muss etwas passiert sein. Er begann zusammenzupacken. Jetzt erkannte auch Draco, dass es eine Frau war, die sich ihnen näherte. Es handelte sich also nicht um einen zwanglosen Kontaktversuch. Mr. Evans! rief sie erneut. Sie müssen kommen, es gab einen Einbruch. Einbruch? Die Falte auf Harrys Stirn vertiefte sich. Wo denn? Erfahren wir gleich, brummte Draco und half Harry, ihre Sachen zu verstauen. Die Joggerin brauchte nicht zu sehen, was sie so mit sich herumschleppten, denn diese Dinge konnten unmöglich alle in dieser kleinen Tasche Platz gehabt haben. Nachdem sie fertig mit dem Aufräumen waren, gingen sie mit schnellen Schritten der Frau entgegen, die fast bei ihnen angekommen war. Mr. Evans! stieß sie hervor. Überraschenderweise war sie kaum außer Atem. Wendel hat versucht, die Tür zum Tatort aufzubrechen. Er hat wirres Zeug gefaselt. Es war seltsam. Und als wir versucht haben, ihn von der Tür zu entfernen, ist er ausgerastet und hat Mr. Barnaby angegriffen. Sie mussten ihm ein Beruhigungsmittel spritzen. Oh! entgegnete Harry sichtbar betroffen. Was wollte er dort nur? Doch nicht wieder diese Bälle! Er seufzte auf und nickte der Frau zu. Danke für die Information, Betsy. Die Pflegerin wirkte plötzlich eingeschüchtert, er rötete ein wenig und nickte knapp. Sie war noch relativ jung, hatte krauses braunes Haar, ein pausbäckiges Gesicht und einen kräftigen Körper. Mrs. Robinson hat mich zu Ihnen geschickt, murmelte sie. Ich wusste gar nicht, dass Sie von der Polizei sind. Tja! ließ Harry seine Schultern fallen. Muss ja nicht jeder wissen. Ja! brummte sie, den Blick auf die Sumpflandschaften neben ihnen gerichtet. Hören manche nicht gerne? Genau! Sein Partner ging etwas schneller und lief nun neben der Pflegerin her, während Draco ihnen folgte. Wo waren Sie eigentlich heute Morgen um sechs Uhr, Betsy? fragte Harry. Ich? stammelte die junge Frau. Warum? Ist Mr. Morris etwa da gestorben? Vielleicht, antwortete Harry vage. Was haben Sie um diese Zeit gemacht? Ähm, stotterte sie. Ich war im Bereitschaftsraum, hatte seit fünf Uhr Dienst. Um sechs habe ich... Sie schien nachzudenken. Draco ging schneller. Ich glaube, ich habe die Medikamente gestellt, sagte sie nachdenklich. Ich bin noch in der Ausbildung, wissen Sie. Eric hat mich angeleitet und ging dann einem Notruf nach. Deshalb habe ich alleine weitergemacht und er hat es überprüft, als er wieder kam. Aha, sagte Harry. Dann haben Sie lange fürs Stellen gebraucht? Weil Draco jetzt zu Ihnen aufgeschlossen hatte, sah er Sie erröten. Schon, ja. Ich habe ein paar Fehler gemacht und musste es neu machen. War bestimmt so 40 Minuten damit beschäftigt. Zu welcher Zeit waren Sie denn alleine im Raum? richtete nun Draco eine Frage an Sie. Ein Stirnrunzeln. Er bekam einen sichtlich irritierten Blick zugeworfen. Dann sah sie zu Harry hinüber, schien sein Okay für die Antwort zu erwarten. Zu welchen Zeiten? fragte sein Partner, der den Blick wohl auch so gedeutet hatte. Sie befeuchtete ihre Lippen. Ihr Blick wanderte nach rechts oben. Ab 5.45 Uhr, glaube ich. So bis 6.20 Uhr? Ich verstehe, sagte Draco nachdenklich. Er glaubte der jungen Frau nicht so ganz. Etwas stimmte bei ihrer Aussage nicht. Und Sie haben wirklich die ganze Zeit Medikamente gestellt? Ein schneller Blick zu ihm, bevor sie wieder weg sah. Ja. Den restlichen Weg sprachen sie nicht mehr viel. Bellicroy National Park Suchtklinik Sie machten einen kurzen Zwischenstopp bei Wendell, doch sie hätten sich den Weg genauso gut sparen können. Der sedierte Mann lächelte nur selig vor sich hin und gab ihnen keine klare Antwort auf ihre Fragen. Harry nahm Dr. Barnaby zur Seite. Hätte es nicht auch ein leichteres Mittel getan? So bekommen wir nie eine vernünftige Aussage aus ihm heraus. Was hat er denn gesagt, bevor er sie angegriffen hat? Der Arzt seufzte. Er hatte ein großes Pflaster am Kiefer und wirkte erschöpft. Mein Kollege musste schnell handeln. Er hatte keine Zeit, viel nachzudenken. Der Patient war außer Rand und Band, hat nach seinen Bällen gebrüllt und ließ sich partout nicht davon abhalten, die Tür zu demolieren. Es ist seltsam. Er zeigt Entzugserscheinungen, obwohl er schon lange nichts mehr genommen hat. Hier riss Draco die Augen auf. Er hatte es ganz vergessen. Natürlich die Bälle! Er hatte sie doch untersuchen wollen, weil Marina genauso stark auf sie fixiert war. Nun, das würde er gleich als nächstes tun. Noch lagerten diese Gegenstände am Tatort. Er hatte sie schließlich nicht mit sich herumschleppen wollen und die Muggel konnten seine magischen Sperren nicht umgehen. »Was haben Sie um sechs Uhr heute Morgen getan?« fragte Harry den Arzt. Dieser blickte unbeeindruckt zurück. »Fallberichte gelesen! In meinem Büro! Alleine! Mein Kollege und ich haben morgens unsere Vorbereitungszeit. Um sieben Uhr hatte ich dann meinen ersten Patienten.« »Verstehe!« seufzte Harry auf. »Keine Zeugen nehme ich an?« »Nein!« schüttelte Mr. Barnaby den Kopf. »Na schön!« brummte Harry. »Sie halten sich zu unserer Verfügung.« »Selbstverständlich!« entgegnete der Arzt. »Wir sehen uns später!« »Auf Wiedersehen!« nickte der andere Mann ihnen zu und ging ins Nebenzimmer zu Wendel. »Gehen wir!« Harry deutete zur Tür. »Ja!« entgegnete Draco abgehakt und ging voraus. Die beschädigte Tür sah längst nicht so schlimm aus, wie erwartet. Um das Schloss herum gab es Kratzspuren, genau wie an der Tür selbst. Allerdings waren sie nur oberflächlich. Der Täter hatte ohne Sinn und Verstand darauf eingeprügelt. Draco erkannte sogar einige Blutspuren, die dem Muster nach von einer Faust stammten. »Wir müssen sofort diese speziellen Bälle untersuchen!« sagte er energisch. »Ich habe es dir noch gar nicht erzählt. Aber Marina reagierte auch sehr extrem auf sie. Ihrer Aussage nach würden nur diese speziellen Anti-Aggressionsbälle ihr richtig helfen. Es scheint etwas Besonderes an ihnen zu sein. Und es gibt wohl nur diese drei. Alle anderen scheinen nicht dieselbe Wirkung zu haben. »Gut«, sagte Harry, der gerade Fotos von der Tür machte. »Dann sehen wir sie uns an. Lass uns noch die Blutspuren sichern, danach können wir reingehen.« Drake runzelte die Stirn. Er sah sich um und holte eine Fiole aus seiner Robe hervor. »Adiu, Blutstropfen!« Bisher hatte er noch keine Ahnung, wie er diese Art der Beweissicherung erklären sollte. Natürlich gab es eine ganze Abteilung im Ministerium, die ihre Aktivitäten verschleiern konnte, doch damit würde er gleichzeitig die Carys Entzug auffliegen lassen. Deshalb musste er sich wohl von selbst etwas einfallen lassen. »Okay, fertig«, sagte er geschäftig. Er würde sich später darum kümmern müssen. Jetzt gab es Arbeit zu tun. »Gehen wir rein!« Die Tür selbst ging gut auf, weshalb sie sich schon Sekunden später wieder in den ehemaligen Räumen von Mr. Morris befanden. Alles lag so da, wie sie es verlassen hatten. Draco eilte zum Bett. Dort hatte er alle Indizien fein säuberlich aufgereiht. Sie hatten dafür sogar verschließbare Tüten von Eric bekommen. »Da, die Bälle!« Harry griff danach. »Wir werden sie herausholen müssen, wenn wir sie analysieren wollen,« sagte er. »Fass sie aber nicht ohne Handschuhe an,« warnte Draco. »Natürlich nicht,« nickte Harry und zog seine Handschuhe über, bevor er erneut nach der Tüte griff. »Sprichst du den Zauber?« Mit einem Nicken holte Draco seinen Stab hervor. Er war bereit. Der Zauber war kompliziert. Er hatte ihn selbst noch nie gesprochen, nur darüber gelesen. Daher dauerte es eine Weile, bis er ihn richtig hinbekam. Danach hieß es warten. »Werden wir dann den Wirkstoff kennen, falls die Bälle präpariert sind?« fragte Harry. »Nein,« schüttelte Draco den Kopf. »Der Zauber steigt alle Stoffgruppen an, die sich auf und im Ball befinden. Muggeldrogen werden von Zaubern kaum genommen, wie du weißt. Vermutlich gibt es deshalb auch keinen Zauber, der in dieser Hinsicht genauer ist.« Feine, transparente und doch farbige Partikel lösten sich von den Bällen, schwebten in die Höhe und gruppierten sich. »Hmmm«,« machte Draco unnachdenklich. »Wie nicht anders zu erwarten, gibt es kaum Spuren von Zauberpflanzen. Diese eine Gruppe ist groß,« er deutete auf die Rote in der Mitte. Noch immer schwebten Partikel in dieser Farbe nach oben. »Entweder handelt es sich um eine Giftgruppe oder Opioide. Ich bin mir mit den Farben nicht sicher.« Harry hob die Augenbrauen. »Was dürfte wohl wahrscheinlicher sein? Gestorben sind Wendel und Marina schließlich nicht daran. Und sie haben die Bälle am meisten benutzt.« Nachdenklich stoppte Draco den Zauber. Da dürfte Harry wohl Recht haben. »Marina hat ihren Ball von Dr. Taylor bekommen. Und Wendel?« »Keine Ahnung,« seufzte Harry. »Wir werden ihn auch nicht dazu befragen können.« »Du verdächtigst also Dr. Taylor?« »Na ja, wenn er dem Patienten diese Art von Bällen gegeben hat, da ist es doch naheliegend. Wie ist er so als Arzt?« Harry zuckte die Achseln. »Ich kenne ihn nicht persönlich, habe nur ein paar Worte mit ihm gewechselt. Allerdings sind die Patienten ganz zufrieden. Er ist beliebt und leistet gute Arbeit. Ich wüsste nicht, weshalb er seine Patienten unter Drogen setzen sollte.« »Warum sollte das überhaupt jemand tun?« fragte sich Draco laut. »Könnten Marina und Wendel dafür bezahlt haben? Also so eine Art geheimer Lieferservice?« Harry verzog das Gesicht. »Kann ich mir nicht vorstellen. Sie waren immer so glücklich mit diesen Dingern, haben anderen ständig unter die Nase gerieben, dass ihre die Besten sind. Das hätten sie wohl kaum getan, wenn sie gewusst hätten, was in ihnen steckt. Nicht beide.« »Ich weiß nicht,« zuckte Draco die Achseln. »Vielleicht sind sie unter dem Einfluss der Droge unvorsichtig geworden?« »Andererseits, warum wurden dann nicht sie, sondern ein ganz anderer Mann ermordet?« »Gute Frage.« Harry ließ sich auf dem Bett nieder und wandte sich ihm wieder zu. »Ob er gewusst hat, was sich in den Bällen befindet? Warum sonst sollte er ausgerechnet sie stehlen? Wir sollten nachsehen, ob er sie selbst benutzt hat.« Widerwillig stimmte Draco zu. Er war nicht gerade scharf darauf, den Toten erneut zu sehen, aber es konnte schon wichtig sein. Wenn er es auf die Bälle abgesehen hatte, dann ist es kein Wunder, dass er die beiden Besitzer so genervt hat. Sie dürften ihre Bälle nicht aus den Augen gelassen haben. Deshalb hat er sie so provoziert, dass sie sie benutzen mussten und danach musste er ... zugegriffen haben. Stimmt, zupfte Harry an seiner Unterlippe herum. Wenn sie sehr gestresst waren, haben sie die Bälle auf den Tisch gelegt und öfter benutzt. Na schön, seufzte Draco auf. Dann lass uns die Leiche untersuchen. Schritte wurden im Gang laut. Sie warfen sich einen fragenden Blick zu. Wer wollte jetzt etwas von ihnen? Oder würde es wieder ein Einbruchsversuch werden? Von Marina etwa? Es klopfte. Hallo, Mr. Evans, Mr. Greengrass. Sie tauschten noch einen Blick aus, steckten ihre Zauberstäbe ein, dann ging Draco zur Tür und öffnete. Eric stand davor. Er war furchtbar blass und schluckte. Darf ich bitte reinkommen? Überrascht trat Draco einen Schritt zurück. Bitte kommen Sie nur. Der gut aussehende Mann folgte sofort. Er schluckte schon wieder und schien sich nur mit Mühe zusammen zu nehmen. Was was los? fragte Harry der sich erholt hatte. Leise schloss Draco die Tür und blieb im Hintergrund. Miss Mitchell Sie Die Stimme des Großen zitterte. Ich habe sie gefunden. Seine Augen wurden rot. Er schien sich mit aller Kraft vom Weinen abzuhalten. Jetzt trat Harry vor, legte eine Hand auf die Schulter. Was ist passiert? fragte er scharf. Als der junge Mann daraufhin die Augen aufriss, tätschelte er ihm begütigend die Schulter. Ist schon gut, erzähl es mir, ja? Ein Geräusch zwischen Schluchzen und Räuspern erklang. Ja. Diesmal räusperte Eric sich hörbar und fuhr dann fort. Sie ist tot. Ich wollte nach ihr sehen, weil sie so durchgedreht ist. Sie hat zwei Pflegerinnen angegriffen, ist auf Mr. Barnaby losgegangen und hat sich Zugang zum Ergo Lagerschrank verschafft. Er atmete stoßweise aus. Danach ist sie nur noch wütender geworden. Ich bin ihr hinterher. Sie gehört zu meinen Patienten. Wir haben einen guten Draht zueinander und deshalb hätte ich es vielleicht geschafft, sie zu beruhigen. Aber als ich in ihrem Zimmer ankam, lag sie tot da. Eine seiner Hände ballte sich zur Faust. Das ist doch nicht normal. Die zweite tote heute und ausgerechnet ich musste beide finden. Nachdenklich betrachtete Draco ihn. War es wirklich nur Pech? Konnte Eric der Täter sein? Doch würde er sich dann so offensichtlich in den Mittelpunkt stellen? Da müsste er schon soziopathische oder psychopathische Züge haben. Zu dem Mann vor ihm schien das einfach nicht zu passen. Andererseits gab es da noch Mr. Barnaby, der heute zum zweiten Mal angegriffen worden war. Auch nur ein Zufall? Was könnte sie denn in diesem Lager gewollt haben? Gibt es dort etwas Wertvolles? fragte er laut. Und weißt du von wem Randall seine Anti- Aggressionsbälle bekommen hat? Der Pfleger hatte sich etwas beruhigt und drehte sich jetzt zu ihm. Wie bitte? runzelte er die Stirn. Warum wollen sie? Plötzlich stockte er. Das kann nicht. Es wäre schon seltsam. Er starrte grübelnd vor sich hin. Eric! Harry hatte den Jüngeren losgelassen und berührte ihn nun erneut. Was ist seltsam? Sprich mit uns! Der Angesprochene blinzelte und kehrte schließlich in die Realität zurück. Es ist nur... sagte er langsam und wandte sich Draco zu. Diese blöden Bälle! Sie befinden sich alle im Ergolager. Die Klinik kauft regelmäßig neue und lagert sie dort. Die Patienten können sich dann normalerweise welche aussuchen. Harry runzelte die Stirn, ging zum Bett und griff nach der Tüte mit den bunten Kugeln. Diese Bälle stammen also ebenfalls vom Lager? Er hielt dem Pfleger das Päckchen hin. Dieser kniff die Augen zusammen und musterte den Inhalt. Ich denke schon. Wissen Sie, wir haben viele verschiedene. Ich kann mir gar nicht merken, welche wir über die Jahre schon gekauft haben. Manche davon sind schon ziemlich alt, weil sie unbeliebt sind. Außerdem gibt es nicht nur diese Bälle. Wir haben auch andere Hilfsmittel, die beim Stressabbau helfen. Auf diese Weise kann jeder Patient für sich das Richtige finden. Hm, murmelte Harry. Und wer hat alles Zugang zu diesem Lager? Ein kurzes Stirnrunzeln. Viele. Alle Ärzte, PflegerInnen und Reinigungskräfte. Ach ja, und der Hausmeister natürlich. Ist schließlich nichts Wertvolles drin. Genau, murmelte Draco und erntete einen verständnislosen Blick. Und weißt du, woher Randall seine hat? Lenkte Harry ihn ab. Nun sah Eric ihn an, hob in einer unwissenden Geste die Hände. Keine Ahnung, von Dr. Barnaby oder Dr. Taylor, er ist Patient von beiden. Der eine macht mit ihm die Einzelgespräche und der andere leitet die Gruppentherapie. Ach, Harrys Augen leuchteten auf. Er ist mit mir zusammen in der Gruppentherapie. Von daher hat er Dr. Taylor im Einzelgespräch. Kann sein, ja, zuckte der Jüngere die Schultern. Sollten wir nicht langsam los zur Toten? Sie müssen sie schließlich untersuchen. Er wurde gleich wieder eine Spur blasser. Draco wechselte einen Blick mit Harry. Er nickte ihm unmerklich zu. Sollten wir wohl, entgegnete Harry daraufhin laut, schritt die Tüte mit den Beweismitteln zurück. Auch Draco löste sich von dem Schrank, an dem er gelehnt hatte und schloss sich ihnen an. Gemeinsam verließen sie den Raum und verschlossen die Tür. Gemächlich gingen sie den Gang entlang. Unterwegs unterhielt sich sein Partner lediglich über belanglose Dinge und heiterte so den Pfleger ein wenig auf. Manchmal beneidete Draco Harry um seine offene Art. Er schloss schnell neue Bekanntschaften, ja sogar Freundschaften. Zwar waren sie lediglich von lockerer Art, mehr wollte Harry nicht, aber trotzdem hatte Harry diese Gabe. Er selbst tat sich schwer mit solchen Dingen. War das früher auch schon so gewesen? Er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern. Fünf Minuten später standen sie aufs Neue vor einer verschlossenen Tür. Eric zückte den Schlüssel. Er hatte sich in den letzten Minuten entspannt, ja sogar gelacht. Nun wurde sein Gesicht starr, seine Hand zitterte. Fast wäre ihm der Schlüssel auf dem Boden gefallen. Soll ich aufschließen? bot Harry an. Nein, nein, schon gut, wehrte der Pfleger ab. Es geht schon. Gerade als er den Schlüssel einmal im Schloss gedreht hatte, wurde die Tür von innen geöffnet. Mr. Evans, da sind sie ja! Mrs. Robinson musterte alle und öffnete die Tür weiter. Kommen sie herein! Überrascht hob Draco eine Augenbraue. Er ließ den anderen Männern den Vortritt. Was macht sie hier? Es sollte doch klar sein, dass der Tatort nicht betreten werden darf. Er folgte den anderen. Das Zimmer sah dem des letzten Opfers sehr ähnlich. Es standen jedoch einige Stühle an einem Tisch an der Wand. Mrs. Robinson, sagte Harry nun, was machen sie hier? Ihnen ist sicher bekannt, wie man einen Tatort behandelt? Sie sollten nicht hier sein. Ist noch etwas passiert? die Leiterin wirkte nervös. Sie rückte in regelmäßigen Abständen ihre moderne Brille zurecht und verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Bei unserem letzten Zusammentreffen war sie so ruhig. Warum dann jetzt die Nervosität? Ist ihr erst bei diesem Mord klar geworden, dass in ihrer Klinik ein Mörder frei herumläuft? Also... Sie schluckte, presste gleich darauf die Lippen fest zusammen und schloss die Augen. Als sie sie wieder anblickte, hatte sie sich gesammelt. Hören sie, auch ich sehe nicht jeden Tag einen Toten. Mein Studium liegt schon lange zurück. Ich arbeite mit Lebenden. Ein angestrengtes Lächeln und ein leichtes Kopfschütteln. Es ist ein harter Tag heute. Erst jahrelang keine Toten und nun zwei an einem Tag. Ich muss etwas tun, von ihm zu Draco. Wie kann ich ihnen helfen? Äh, kam es gedehnt von Harry. Um die Leiche zu untersuchen, müssten sie alleine sein. Bisher hatte Draco die tote Frau noch nicht gesehen, obwohl sie deutlich sichtbar halb auf dem Bett, halb auf dem Boden lag. Er wollte sich vor den Zeugen keine Blöße geben. Am Ende würde ihm wieder übel werden. Vielen Dank für Ihr Liste, wenn wir zuerst die Leiche untersuchen, sagte Harry. Und den Tatort, dafür brauchen wir Ruhe. Wenn wir fertig sind, kommen wir auf sie zurück. Der Mund der Leiterin öffnete sich, sie schien protestieren zu wollen, schloss ihn jedoch wieder. Wie sie meinen, sagte sie schließlich. Eric nickte eifrig und ging zur Tür. Erleichterung war ihm bei Harrys Worten übers Gesicht gehuscht. Draco konnte das nur zu gut nachvollziehen. Umso verwunderter war er deshalb, als er sah, mit welchem Widerstreben Mrs. Robinson den Raum verließ. Wieso nur wollte sie unbedingt hier bleiben? Steckte sie doch irgendwie mit drin? Als sich die Tür endlich hinter den beiden schloss, atmete er laut aus. Dann können wir ja loslegen. Woher sollten wir allerdings abschließen, sonst vergessen wir es am Ende, wenn wir mit Zaubern loslegen. Hast recht, nickte Harry ihm zu und ging hinüber. Sie haben die Schlüssel mitgenommen, stieß er verdattert aus. Das gibt's doch gar nicht. Sie hat den Schlüssel sogar aus dem Schloss gezogen. Was ist nur mit ihr los? Draco legte die Stirn entfalten. Sie hat sich schon komisch verhalten, oder? Das ist dir bestimmt auch aufgefallen. Ja, nickte Harry, aber wir sollten zumindest die Tatortsicherung hinter uns bringen. Danach hole ich einen Schlüssel. Wir können zwar die Tür mit Magie verschließen, aber es wäre verdächtig, wenn jemand tatsächlich versucht, hereinzukommen. Leider, pumpte Draco und öffnete das Notizbuch. Wie schon beim letzten Mal machte Harry die Fotos, während Draco alles aufschrieb. Marina Mitchell hatte auf den ersten Blick keine sichtbaren Verletzungen. Dafür gab es Anzeichen eines Sauerstoffmangels. Ihre Fingerspitzen und ihre Lippen waren blau angelaufen. Er wirkt es sie nicht worden, sagte Harry da. Es gibt keine Male am Hals. Er beugte sich tiefer über ihr Gesicht. Erstickung wäre möglich, aber ich glaube eher nicht. Es fehlen diese kleinen Einblutungen im Gesicht oder Mund. Okay, notierte Draco das Gesagte. Was könnte es dann sein? Überdosis, sagte Harry lakonisch. So spontan ist es das Naheliegendste. Er sah sich im Zimmer um. Nur ist sie es selbst gewesen. Laut Eric war er ihr dicht auf den Fersen. Es gibt keine Spritzen und keine Einstichstellen. Auch an ihrer Nase habe ich nichts gefunden. Und mal ehrlich, ob geschnupft oder gespritzt, sie hätte es wohl kaum sofort wieder weggeräumt. Dazu hatte sie gar keine Zeit. Ich werde trotzdem alles durchsuchen. Draco drehte sich zum Schrank herum. Und wenn Mrs. Robinson die Beweise mitgenommen hat? Sie ist so stolz darauf, dass es in ihrer Klinik noch keine Drogentoten gab. Vielleicht versucht sie etwas zu vertuschen. Möglich. Er hörte, wie Harry sich von ihm entfernte. Ich sehe mich mal im Badezimmer um. Alles klar. Als Draco mit dem Schrank fertig war und die Türen schloss, ertönten im Gang Schritte. Es klang nach mehreren Personen. Bisher war es draußen sehr still gewesen, deshalb fiel es ihm sofort auf. Ob jemand zu ihnen wollte? Tatsächlich es klopfte an der Tür. Harry kam vom Bad zurück. Sie sahen sich an. Wer es diesmal sein würde? Herein, rief Harry. Die Tür öffnete sich langsam. Draco links von ihr stehend konnte die Personen davor sehen und traute seinen Augen nicht. Hände hoch Polizei, bellte da schon eine Beamtin und hielt ihnen ihre Waffe entgegen. Eine zweite Waffe wurde auf sie gerichtet. Wie in Trance hob Draco die Hände. Harry tat dasselbe, sagte jedoch, wir sind auch von der Polizei, von der Englischen und beide im Urlaub. Wir sind nur eingesprungen, weil es hieß, sie würden Tage brauchen, um herzukommen. Keine Bewegung, entgegnete die Polizistin lediglich. Haben sie Waffen dabei? Farnfield, Henning, durchsucht sie. Draco wurde heiß und kalt. Ihre Zauberstäbe, sie durften keinesfalls gefunden werden. Welche Erklärung konnten sie denn dafür vorbringen? Es kostete ihn einiges an Anstrengung, seine unbeteiligte Miene beizubehalten. Wie schon gesagt, wir sind nicht im Dienst. Und nein, wir haben keine Waffen dabei, sagte Harry mit ernster Stimme. Hat Ihnen Mrs. Robinson nicht gesagt, dass wir doch, grollte die Frau mit der Waffe. Aber als wir sie kontaktieren wollten, mussten wir feststellen, dass es sie nicht gibt. Also lassen sie sich etwas besseres einfallen, Mr. Evans, oder wie sie auch heißen. Nun begriff Draco, weshalb die Leiterin so nervös gewesen war. Sie musste schon Kontakt mit der Polizei gehabt haben und hatte versucht, sie hinzuhalten. Glaubte sie etwa Harry und er hätten Beweise zerstört? Einer der Polizisten legte ihm Handschellen an, der andere tat dasselbe bei Harry. Dann begann die Durchsuchung. Draco konzentrierte sich mit aller Kraft. Seine Kleidung hatte keine Geheimtaschen. Den Stab verschwinden zu lassen war deshalb unmöglich. Vielleicht konnte er ihm eine andere Form geben? Er spürte schon, wie der Beamte nach ihm fischte. Seine Gedanken rasten, die verschiedensten Bilder schossen ihm durch den Kopf. Eine Idee war schlechter als die andere. Warum nur kamen ihm ständig diese völlig unpassenden Bilder in den Kopf? Er hat nichts, Boss, sagte der Polizist bei Harry. Und er hat? Der andere neben Draco zog etwas Längliches aus dessen Robentasche. Ein letztes Bild setzte sich in Dracos Kopf fest und er stöhnte innerlich. Einen Oh! Jetzt sahen alle zu ihnen hinüber. Der Polizist errötete bis in seine Haarwurzeln und ließ das Ding fallen. Da lag er. Ein fleischfarbener Dildo, gut sichtbar zu den Füßen der Leiche. Auch Draco errötete nun, sogar noch mehr als Harry lachte. Ha ha ha, tja, da sehen sie es selbst, wir sind unbewaffnet. Fast, fügte er mit einem frechen Zwinkern hinzu. Harry, wäre es ihm um ein Haarlaut entschlüpft, doch er zügelte sich. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Woher nahm Harry überhaupt den Schneid für so eine Bemerkung? Sehen Sie, wir sind unter falschem Namen hier, sprach der andere weiter, weil ich meinen Entzug vor der Behörde geheim halten wollte. Deshalb habe ich Urlaub genommen und Darren hat mir den Gefallen getan und mitgespielt. So, so, steckte die Wortführerin ihre Waffe ein. Entzug also. Valentine, weg mit der Waffe. Sie sind schließlich gefesselt und kommen nicht raus. An Harry gewand fragte sie, und wie heißen sie in Wirklichkeit? Sie hob warnend die Augenbrauen. Die Wahrheit, bitte, wir haben das schnell überprüft. natürlich. Natürlich, Name ist Harold Pottington und er heißt, er machte eine Kopfbewegung zu Draco hinüber. Darren Malloy, antwortete dieser selbst, wohnhaft in London. Na schön, sehen wir, ob es stimmt. Farnfield prüft das. Jawohl, Ma'am, sorry, jawohl, Detective. Der Beamte bei Draco beeilte sich, in den Flur zu verschwinden. Hoffentlich nehmen sie uns bald die Handschellen ab, dachte Draco. Es war ihm unangenehm, dass sein Zauberstab in dieser Form noch immer für alle sichtbar auf dem Boden lag. Er hätte fast vorgezogen, wenn dieser normal ausgesehen hätte, selbst wenn man ihn dann für einen Spinner hielt oder sie tatsächlich der Zauberei verdächtigte. Wieso ist mir ausgerechnet das eingefallen? Lag es an der Enthaltsamkeit? Wie sind sie eigentlich so schnell hergekommen und warum dann nicht gleich? fragte Harry. Uns wäre es nämlich lieber gewesen, wenn wir unseren Urlaub nicht hätten unterbrechen müssen. Das sehe ich, sagte die Polizistin mit Blick auf das Sexspielzeug trocken. Erneut stieg Draco die Schamesröte ins Gesicht. Sie nutzten dergleichen gar nicht. Es hatte schon einige Vorteile ein Zauberer zu sein. Mit etwas Kreativität gab es diverse Zauber, die man geschickt für solche Zwecke einsetzen konnte. Ob der Vorfall bei den Akten landen würde? Mit Querverweis auf ihre Tarn Identitäten könnten dann sogar hochrangige Auroren alles darüber lesen. Ihm wurde noch heißer. Wir waren an einem Doppelmord dran und hatten keine Kapazitäten frei. Außerdem braucht es normalerweise nicht lange, bis wir hier draußen sind. Man darf auf den Straßen nur so langsam fahren. Nationalpark eben, Sie verstehen? Doch weil uns die Zuständigkeit entzogen wurde, konnte ich Druck machen und einen Flug mit dem Hubschrauber klar machen, als Entschädigung sozusagen. Ah, verstehe, lächelte Harry sie an. Dann war das wohl Glück im Unglück, was? Sie runzelte kurz die Stirn und betrachtete Potter prüfend. Könnte man so sagen, ja, meinte sie dann langsam. Die offene Art des anderen schien ihr Misstrauen zu erregen. Ihnen ist doch klar, dass Ihre Ermittlungen in jedem Fall vorbei erzählen müssen, was sie herausgefunden haben. Sicher, nickte Harry unbekümmert. Er war wirklich ein guter Schauspieler. Draco wusste, dass es in seinem Inneren ganz anders aussehen musste. Mit dem Aufruf ihrer Namen gab es einen Alarm im Ministerium. Vermutlich wussten Seamus und die Kollegen jetzt schon, wo sich die beiden Männer befanden. Somit würde Harrys Drogensucht nicht mehr lange ein Geheimnis bleiben. Schlurfende Schritte ertönten. Ein drahtiger Mann mit Stupsnase erschien im Türrahmen. Wie hieß er gleich? Bei den ganzen neuen Namen heute tat Draco sich schwer. Identität bestätigt, Boss, sogar mit Foto. Die beiden arbeiten bei einer britischen Spezialeinheit. Alles streng geheim. Ihr Chef sitzt schon im Flugzeug. Wie bitte? fragten Harry und der Detective gleichzeitig, um sich danach einen irritierten Blick zuzuwerfen. Würden Sie uns dann bitte unsere Fesseln lösen? warf Draco ein. Diesen Fall begann er zunehmend zu hassen. Henning, Farfield, bellte die Beamtin mit herrschenden Kopfrucken. Lösen Sie die Handschellen! Beamtin Kaum war Draco frei, bückte er sich und schnappte das Ding auf dem Boden. Sie erlauben? Ja, ja, schon gut, winkte die Frau ab. Und jetzt erzählen sie uns alles. Während sie Detective O'Connell, die Leiterin der Einheit, in einem anderen Raum Bericht erstatteten, untersuchten ihre Kollegen den Tatort. Anscheinend war sogar ein Gerichtsmediziner dabei, der die Leichen untersuchte. Nun ja, ich denke, sie haben den Umständen entsprechend getan, was sie konnten, meinte O'Connell schließlich. Wir haben mit der Freundin des ersten Opfers gesprochen. Anscheinend war der Tote hinter einem Arzt her, den er für den Tod seiner Frau verantwortlich machte. Sie litt unter starken Zwängen und war bei ihm in Behandlung. Er selbst wollte anfangs ebenfalls zu diesem Arzt gehen, aber dann wurde ihr Verhalten immer unausgeglichener. Es ging ihr gesundheitlich schlecht und man fand bei einem Drogentest Opioide in ihrem Blut. Kaum einer wollte ihr glauben, dass sie nichts genommen hatte. Man steckte sie in den Entzug, wo sie an einer Überdosis starb. Es konnte nicht aufgeklärt werden, wie es dazu kam. Sie seufzte. Ach, ihr Mann selbst kam schlussendlich darauf, dass die Drogen in einigen Antistressbällen steckten. Beim Pressen wurde der Wirkstoff freigesetzt. Er hatte lange geforscht, woher sie diese Hilfsmittel hatte und kam schlussendlich auf den Arzt. Leider hatte der zu diesem Zeitpunkt schon längst seine Praxis geschlossen. Hat er Anzeige erstattet? fragte Draco. Ja, nickte die Polizistin. Doch es den Namen geändert und verschwand. Mr. Morris hatte den Arzt niemals persönlich gesehen, soll sich aber mit anderen ehemaligen Patienten in Kontakt gesetzt haben. Auch bei manchen von ihnen haben wir diese Stressbälle sichergestellt. Warum hat er sie eingesetzt? fragte Draco. Als Arzt muss ihm doch klar gewesen sein, welche Auswirkungen ein solcher Einsatz haben würde. O'Connell hob die Schultern. Das fragen wir ihn, wenn wir ihn haben. Sie verdächtigen Dr. Taylor und Dr. Barnaby richtig? Genau, bestätigte Draco. Das halte ich für am wahrscheinlichsten. Wer sonst schnitzt einem Mann eine solche Kerne in den Hals und macht danach seelenruhig weiter? Das muss jemand sein, der schon Menschen aufgeschnitten hat, meinen sie nicht? Außerdem brauchte die Person ein gewisses Fachwissen, um Mr. Morris so zu töten, dass sie es danach hinter dieser Gräultat verbergen konnte. Das ist wahr, meinte die Polizistin, doch auch Pflegekräfte und arztähnliche Berufe kämen dafür in Frage. Sie tippte etwas in ihr Handy ein. Übrigens, wir vermuten, dass es sich bei dem Täter gar nicht um einen zugelassenen Arzt handelt. Jedenfalls gab es damals keinen Eintrag für seinen Namen bei der Ärztekammer Irlands. Ach, das wird ja immer besser, sagte Harry. Ich mache mir allerdings Sorgen um Wendel. Was, wenn der Täter versucht, ihn als Nächsten umzubringen? Wendel? Wollte O'Connell wissen. Ein Freund von Ihnen? Nein, schüttelte Draco den Kopf. Die andere Person, die diese süchtig machenden Anti-Aggressions- Bälle bekommen hat. Und Harry, äh, ich meine, Harold hat recht, der Mann ist in Gefahr. Er ist der letzte Zeuge, der sagen kann, woher er dieses Hilfsmittel bekommen hat. Die Polizistin sprang auf. Gehen wir, sagen Sie nur, wo lang. Das ließen sich Harry und Draco nicht zweimal sagen und rannten Sekunden später gemeinsam mit dem Detektiv die Flure entlang. Vor der richtigen Tür angekommen, riss Harry sie auf. Beide Ärzte fuhren hoch. Sie über das Bett gebeugt. Was tun Sie hier? fragte Mr. Barnaby mit geweiteten Augen und sah vom Patienten zu Harry. Sie dürfen hier nicht sein. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, seufzte Dr. Taylor und trat zur Seite. Er kann nichts mehr anrichten, der Mann ist tot. Was? Nein! rief Barnaby entsetzt auf und tastete nach dem Puls des Mannes im Bett. Wieder Belebung starten! Weg da! Beide! befahl O'Connell scharf. Keiner von Ihnen wird den Mann noch einmal anfassen, Doktor! Draco hatte den Mann gar nicht bemerkt, der nun an ihnen vorbeidrängte und sich Wendel näherte. Wann hatte sich der Gerichtsmediziner ihrer Gruppe angeschlossen? Besagter Mann trat ans Bett heran, überprüfte ebenfalls den Puls und hob dann eine Spritze. Er schien zu ahnen, was Wendel bekommen hatte. Es ist seine letzte Chance, wenn ich mich irre! Und er verpasste dem Leblosen eine Dosis. Hatten sich die beiden Ärzte vorhin noch gewehrt, starrten sie nun gespannt auf den leblosen Mann. Behutsam stieß Draco Harry mit dem Ellenbogen an und murmelte Sieh der Dr. Taylor an, Sieht er nicht beunruhigt aus? Der andere zuckte die Schultern. Ich weiß nicht, entgegnete er gedämpft. Könnte auch Besorgnis sein. Ein lautes Luftschnappen. Wendel riss die Augen auf. Er ist wach, stieß Harry triumphierend aus. Diesmal war es deutlich. Während Dr. Barnaby erleichtert ausatmete, wirkte Mr. Taylor bestürzt. Kommt rein, sprach O'Connell in diesem Moment ins Funkgerät. Die Tür sprang auf und ihre Untergebenen stürmten ins Zimmer. Beide, befahl sie knapp. Bevor die Ärzte auch nur protestieren konnten, wurden sie abgeführt. Glauben sie etwa, dass sie beide beteiligt sind? fragte Harry mit einem Stirnrunzeln. Nein, dafür gibt es keine Hinweise, schüttelte die Polizistin den Kopf. Aber solange wir nicht mit Sicherheit wissen, wer es getan hat, halten wir sie beide fest. Vielleicht erfahren wir durchs Verhör, wer der Täter ist. Hätten wir wohl genauso gemacht, meinte Harry. Mr. Wie heißt er? Wendel? O'Connell näherte sich dem Mann im Bett. Edison, Wendel Edison, half Harry ihr aus. Mr. Edison, können Sie mich hören? Wendel drehte leicht den Kopf, blickte Harry an. Schließlich nickte er. Können Sie sich daran erinnern, ob Ihnen jemand etwas gespritzt hat? Auch diesmal nickte der eben erwachte. Können Sie uns sagen, wer es gewesen ist? Der Mann im Bett ächzte leise. Jetzt ist es aber gut, Detective, hörte Draco den Gerichtsmediziner das erste Mal sprechen. Der Mann ist dem Tod gerade von der Schippe gesprungen. Gönnen Sie ihm ein bisschen Ruhe. Sie hob die Hand. Gleich. An Wendel Gewand fragte sie, hat Barnaby Ihnen die Spritze gegeben? Ein Kopf schütteln. Er erinnert sich aber vielleicht nur an seine Betäubungsspritze nach seinem Ausraster, wandte Draco da ein und wieder nickte Wendel. O'Connell stieß die Luft aus. Ich brauche mehr Informationen. Da trat Draco näher an das Bett heran. Hat ein Arzt Ihrer Stressbälle gegeben? Der Gefragte blinzelte und nickte. War es Barnaby? Ein Kopf schütteln. Hat Taylor Ihnen diese Antistressbälle gegeben, die Morris Ihnen gestohlen hat? Ein Nicken. Da haben sie es, stieß Harry dicht hinter Draco aus, welcher zusammenzuckte. Er hatte Harry gar nicht gehört. Sein Freund legte ihm selbst vergessen eine Hand auf die Schulter und knetete sie. Ein Klopfen schreckte alle auf. Sie drehten sich zur Tür. Herein! Die Klinke wurde heruntergedrückt, die Tür schwang auf. Im Rahmen stand ein Mann, den Draco wortlos anstarrte. Die schneidige schwarze Lederkleidung ließ ihn ziemlich attraktiv aussehen und so brauchte sein Gehirn etwas Zeit, um die Person als Seamus zu identifizieren. Muggelmotoradkleidung, erinnerte er sich aus vergangenen Studien über Muggelmode. Sie war nicht sein Stil, doch dem derzeitigen Chef der Aurorenzentrale stand sie ausnehmend gut. Wer sind sie? fragte der Detektiv scharf und machte einen Schritt nach vorne. Fitzgerald, verkündete Seamus knapp. Sie haben mich wegen meiner Männer kontaktiert, Malloy und Pottington. Stille. Der Vorgesetzte von den Zweien hier? Der Detektiv deutete mit unglaubiger Miene zu Draco und Harry hinüber. Wie haben sie das so schnell geschafft? Kommen sie nicht mit dem Flugzeug aus England? Seamus gab sich unergründlich. Wir haben da so unsere Methoden. Ich möchte jetzt mit meinen Männern sprechen. Bitte. Eine winkende Handbewegung zu den zwei Auroren. Ich werde unsere Verdächtigen verhören. Sie nickte Seamus im Vorbeigehen zu. Und unserer Zeuge wird mir keinen Moment aus den Augen gelassen. Wies sie den Gerichtsmediziner an. Der verzog das Gesicht, widersprach allerdings nicht. Nun kam Seamus auf Harry und Draco zugelaufen. Seine blauen Augen bohrten sich in Harrys. Im Gegensatz zu Potter und Draco selbst war der ihre nur mäßig begab darin, seine Gefühle zu verbergen, weshalb man ihm sein Missfallen inzwischen ansehen konnte. Hallo, knurrte er bei ihnen angekommen. Wir müssen reden, allein. Hey, entgegnete Harry gelassen. Ihnen schien Seamus Laune nicht zu tangieren. Ich kenne da genau das Richtige. Folgt mir. Ohne weitere Worte verließen sie gemeinsam das Krankenzimmer. Sie gingen durch mehrere Gänge, passierten einen Aufzug und ein paar Kreuzungen, dann hielt Harry, zog einen Schlüssel aus der Tasche und öffnete eine Tür. Kommt rein, mein Zimmer, sagte er knapp und ließ ihnen den Vortritt. Mit einem Knoten im Magen folgte Draco seinem derzeitigen Chef. Harry schloss die Tür hinter ihnen ab. Setzt euch, während Seamus auf einem Sessel am Fenster Platz nahm, setzte sich Draco auf Harrys Bett. Er war müde und erschöpft. Die letzten Stunden hatten ihm alles abverlangt. Sein Freund setzte sich Trara direkt neben ihn und verflocht ihre Hände. Es war ungewohnt, aber auch ermutigend, sich dieser Sache gemeinsam zu stellen. Eine Reha also, setzte Seamus an. Er sah sich im Zimmer um. Wie lange bist du schon süchtig? Lange, meinte Harry knapp. Es ist Magic Luck. Verstehe. Stille. Wer weiß noch davon? So ging es eine Weile weiter. Seamus war verhältnismäßig gefasst, aber Draco hatte das Gefühl, dass da noch etwas kommen würde. Und jetzt hattest du einen Rückfall? Harry nickte. Er hatte nicht besonders viel gesprochen, beschränkte sich auf das Nötigste. Vermutlich musste er sich erst an den Gedanken gewöhnen, sein Geheimnis mit einer weiteren Person zu teilen. Weiß es sonst noch jemand? stellte Harry schließlich die Frage, die auch Draco beschäftigte. Nein, entgegnete Seamus ruhig, aber in seinen Augen brannte ein Feuer. All die Jahre, Harry, hast du wirklich geglaubt, ich könnte das nicht für mich behalten? Wir können es nicht für uns behalten, nach all dem, was wir schon gemeinsam erlebt haben? Er schüttelte den Kopf. Wie konntest du das überhaupt ertragen? all die Geheimnisse. Seine Hände krampften sich um die Sessel lehnen. Harry blickte den ihren fest an. Das habe ich nicht, wie man sieht. Es war die Hölle, für mich jedenfalls. Einer meiner Geister, die mich plagen. Er machte eine Pause, holte tief Luft. Ich werde nicht zurückkommen, Seamus, nicht als Chef jedenfalls. Auro bin ich gerne, schon immer gewesen, aber die Verantwortung gebe ich ab. Ich habe endgültig genug. Bist du sicher? fragte Draco zwischen Freude und Sorge hin und her gerissen. Er hatte auf diese Entscheidung gehofft, denn dass Harry etwas ändern würde, war ihm klar gewesen. Was? riss Seamus die Augen auf. Harry? Meinst du das etwa ernst? Echt jetzt? Wer soll denn sonst der Chef sein? Dir ist doch klar, dass du den Job besser gemacht hast als jeder andere zuvor. So ein Blödsinn, winkte Harry ab. Das habe ich nicht. Es gab auch andere gute Leiter vor mir und es wird gute nach mir geben. Was ist zum Beispiel mit dir? Ich werde jedenfalls meine Meinung nicht mehr ändern. Ich komme nur als Dracos Partner zurück, aber nicht als Chef. In der nächsten Sekunde ging alles drunter und drüber. Nachdem Seamus es nicht geschafft hatte, Harry seinen Entschluss auszureden, tauschten sie sich über den Fall aus und überlegten gemeinsam, wie sie hier verschwinden konnten. Wir sollten aber niemand verärgern, sonst war unsere ganze Arbeit umsonst. Es darf keine Zweifel daran geben, dass wir echte Polizisten sind. Ich habe keine Lust für uns neue Identitäten zu besorgen. Ihr wisst, wie lange das immer dauert. Und vergesst nicht, dass ihn wieder ein hat, dass er das Büchlein schon abgegeben hatte. Plötzlich stutzte er. Was war denn das? Da steckte etwas Schmales in seiner Tasche. Eine Art kleiner Riegel? Jedoch keine Süßigkeit, dafür war es zu hart. Er zog ihn heraus. Was hast du da? fragte Harry, nachdem er seine eigenen Taschen abgesucht hatte und ihn jetzt abwartend ansah. Auch Seamus kam neugierig näher. Was ist das? Das Ding war aus Kunststoff und in zwei Abschnitte unterteilt. Woher habe ich das nur? fragte sich Draco laut. Ich kenne das von den Muggeln, sagte Seamus. Kann man die Dinger nicht in einen Computer stecken? Oh ja, genau, leuchteten Harrys Augen triumphierend auf. USB-Stick heißen sie, man kann Dinge darauf speichern, Musik und Bilder, aber ich glaube auch Dokumente. Moment mal, rief Draco da aufgeregt aus. Jetzt weiß ich wieder, wo ich das her habe. Es war in Mr. Bett versteckt, eingeklemmt zwischen Lattenrost und Bettgestell. Wenn Wendel mich nicht so erschreckt hätte, hätten wir es uns längst angesehen. So habe ich es in die Tasche gesteckt uns an. Kommt mit in den Computerraum. Es war nicht so einfach wie erwartet, doch schlussendlich saßen sie vor einem Computer und starrten gespannt darauf. Ein Techniker hatte sich ihrer erbarmt und den Inhalt auf dem USB-Stick geöffnet. Es ist ein Video, sagte der Mann, drückte auf Play und lehnte sich im Stuhl zurück. Hallo, sprach sie der tote Mr. Morris an, blickte direkt in die Kamera. Im Hintergrund sah man eine unbekannte Wohnlandschaft mit Sofas und Fenster. Wenn Sie das sehen, bin ich nicht mehr am Leben. Ich habe das aufgezeichnet, damit die Beweise gegen den Mann, der für den Er machte eine Pause. Dieser Arzt verlangt eine Menge Geld für seine Sitzungen, die er sich nur privat bezahlen lässt. Die Hilfsmittel, er machte Gänsefüßchen in der Luft, verschreibt er Patienten, die mit seinen Sitzungen keine Fortschritte machen. Die Wirkung dieser Antistressbälle ist enorm. Patienten mit Aggressionsproblem oder Angststörungen geht es besser, sie werden ruhiger. Wenn allerdings die Kehrseite sein Kiefer malte. Zurzeit lebt dieser Betrüger, denn er ist einer, da bin ich mir sicher, in der Suchtklinik Belly Corrie National Park. Unglaublich! Er schüttelte den Kopf. Macht die Leute mit seinen Hilfsmitteln süchtig und arbeitet in einer solchen Klinik. Seine Augen funkelten zornig. Der Mann nennt sich dort Dr. Martin Taylor. Ich habe seine Spur übers Internet verfolgt, mit ehemaligen Patienten gesprochen. Seine Nasenflügel blähten sich. Er atmete aus. Ich werde mich in diese Klinik einschleichen und mir diese Antistress Bälle besorgen. Sie scheinen einzigartig zu sein und sind somit ein Beweis, dass es sich um denselben Mann handelt, der für den Tod meiner verstorbenen Frau verantwortlich ist. Er hob zwei Bälle in die Höhe, die genauso aussahen wie die jenigen, die man bei ihm gefunden hatte. Sobald ich die Beweise habe, werde ich alles der Polizei übergeben. Dracos Gedanken schweiften ab. Er konnte es nicht fassen. Da hetzten sie sich den ganzen Tag ab, während er mit den Antworten in seiner Tasche herumlief. Der Verstorbene berichtete ebenfalls, dass er Beweise in Form von Dokumenten auf dem Stick gespeichert hatte, die seine Anschuldigungen stützen sollten und den Arzt von damals mit Dr. Taylor verbanden. Die Namen, Fakten und Adressen waren eine wahre Fundgrube für die Polizei. Mit diesem Stick ausgerüstet konnten sie Detective O'Connell dazu überreden, Draco wieder gehen zu lassen und die Berichte über die Mitwirkung beider Männer möglichst klein zu halten, obwohl sie ja im Grunde zu Hauptzeugen aufgestiegen waren. Harry wollte trotz aller Proteste und Hinweise von Seamus, er könne seine Therapie in einer anderen Klinik fortsetzen, den Ort nicht verlassen. Da Mrs. Robinson nicht in die Vorfälle verstrickt war, wollte er weiter mit ihr arbeiten. Er hatte einfach keine Lust, in einer anderen Klinik neu anzufangen. Hoffentlich bekommen sie ein Geständnis. Ich kann darauf verzichten, vor einem Muggelgericht auszusagen, seufzte Draco. Mit diesen Worten versuchte er sich selbst von seinen Gefühlen abzulenken. Es fiel ihm schwer zu gehen und Harry hier allein zu lassen. Sie hatten ihre gemeinsame Zeit ganz anders verbringen wollen und Terris Besuchzeiten waren leider auf einen Tag am Wochenende beschränkt. Ausnahmen gab es trotz der Umstände nicht. Harry hatte mehr als genug Aufregung gehabt. Seamus war schon vorausgegangen. Draco und Harry standen sich alleine gegenüber. Ein Dildo also, ja? fragte Harry mit hochgezogenen Augenbrauen. Willst du mir damit etwas sagen? Anmerkung der Autorin Kleine Info am Rande. Das Wort Polizei wird in Irland von der echten Polizei gar nicht benutzt. Sie nennen sich Garda Wächter, während Gruppen, die sich als Police bezeichnen, eher mit Sicherheitsdiensten verglichen werden. Ich habe den Ausdruck aber in meiner Geschichte benutzt, da es für euch als Leser verwirrend wäre, wenn ich von einer Garda sprechen würde. Zweite Anmerkung Ein Aufenthalt in einer Entzugsklinik muss nicht unbedingt so ablaufen, wie in der Geschichte geschildert. Das kommt nämlich auf verschiedene Umstände an, auch auf das Verhalten des Patienten selbst und der Ärzte natürlich. Ich hoffe, es entstand nicht der Eindruck, als würde in einer Entzugsklinik immer mal jemand sterben, das ist selbstverständlich nicht der Fall. Doch logischerweise kommt es gerade bei Drogensüchtigen zu Begleiterkrankungen, die sogar lebensbedrohlich sein können. Genauso wie es trotz strengster Kontrolle passieren kann, dass sich jemand einen Stoff besorgt und dieser schwer verunreinigt ist. Und wie ihr sicher wisst, kann so eine Verunreinigung oder aber eine große Reinheit, wie zum Beispiel Heroin, schon bei der ersten Benutzung zum Tod führen. Bei großer Reinheit deswegen, weil der Körper nur eine kleine Dosis verträgt und diese dann schnell zu hoch ist. Ende Fall 12 Dosis 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 Vielen Dank.